Und Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands, zuletzt weil wir hier stehen bleiben, wenn wir endlich mal einfach fahren können. Jetzt heißt es, dass ich hier durchstreffen kann. Gattling Geschüsse sind echt nett ohne, weil ich hoffe, dass ich endlich mal hier vorankomme. Okay. So. Oh, ich muss jetzt mich jetzt leider hier vorankommen. So. Oh Mann, ey, dieser scheiß Typ mit ihren Schilden. Vor allem, die haben auch so eine extrem hohe Reichweite. So. So. Okay, ich werde noch vorrücken. So. Ich muss ja das paar Sachen mit dir einfach oben Ich gehe lange auf Vorrück Ich muss wahrscheinlich die Katsch dazu auch zu zahlen So 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 Oh Scheiße Au 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 Aber gerade Scheiße Verdammt Ach Hier haben wir doch Musst du uns nicht so oft mit was haben die für eine hohe reichweite ich war nicht zielgenauisch geil scheiße natürlich ziel hatten so ob er wieder zurück ist wenn man etwas schau mal hier oben um so So, aber die Sniper ist besser, nein, die ist schlecht So Oh Mann Ich werde dich nicht frei Keine Ahnung, aber Feuer kann ich ausmachen Oh Und zu, ist die KG Aber Ich glaube, kann ich nicht irgendwie raus so? Nö, scheinbar nicht Na egal So, wir haben jetzt 1, 2, Feuer Und So Und ich muss Ich muss, wo machen wir den Tresor eigentlich? So So, Schweine, ihr habt den aber noch erwischt So Oh Scheiße So 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 Ich mach mal Das Schade Schlechter als meiner So Nein! Granate! Blattweg! So! Oh, ich schalte dich nicht mehr da! Tja, das ist der schon warmlattig hinter deinem Geschütz! So! Natürlich schalte ich die aus, deshalb habe ich den Geschütz auch ausgeschaltet! So, hier sicher bin ich! Doch, da ist noch Feuer! Wunderbar! Das war heute auch erledigt! So! Wieder eins weniger! So, da fehlt jetzt noch einer dahinten! Und ich hab's versorgen, wo ich noch bin! Ah, der Tursor ist dahinten! Okay! Dann... Gehen wir jetzt dazu über und drohen uns noch den... ...letz... das letzte Feuerding! ... 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 Jetzt steh auf, jetzt steh auf, wer auch, komm! Ich steck mich erst mal hier Huch! Komm, Krenat macht mich fest Oder auch nicht Boah, Mann, ich dachte, ich mach die Granate So, ich glaub, hier können Mal nach der letzten Ingenieur So, schön ruhig bleiben So So Ach, belätsch So 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 Bloodwing raus So ist die Typen, glaub ich jetzt auch schon wieder So 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 Scheint So, dann schauen wir mal, wo haben wir noch irgendwas in Old Haven hier? Ne... So, dann... ...Dullhead, let's... Ja... Dann machen wir das, dann fangen wir gerade aber nach New Haven... ...und tun das da alles erledigen... ...und das muss abgeben... ...und von da, von New Haven gehen wir dann die Schatz suchen... ...und da muss man auch gucken... ...sagt die Zeit, die Zeit ist noch alles in Ordnung... ...wunderbar... ...so, dann... ...ab zu Mrs. Irgendwie, Helena Pierce... ...so, komm... Hallo! So, wunderbar... ...und dann hast du gesagt, Blattwinsschaden... ...was hab ich auch manchmal... ...hahaha... ...nimm mal das hier, Blattwinsschaden erhöht... ...so, dann müssen wir gerade noch mal Verkauf für mich haben... ...und müssen wir noch mal Munition einkaufen... ...so, äh... ...verkauf... ...das... ...katt weg... ...katt weg... ...katt weg... ...weck... 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 ...schöne... ...kört alle weg... ...so... ...jetzt Munition... ...Kneitbarweife... ...so... ...5.5 XP... ...immerhin... ...und... 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 ...so... ...und... ...Taleb Cop... ...und... ...cletter gesprochen... ...ney, ich will einfach... ...verdienten, Schatz... ...und X markiert die Stelle... ...so... ...wo... ...müßt mal hin... habe ich sowas schon habe ich eigentlich schon wie heißt jetzt doll headland aber es doch so so Dann, wir brauchen uns erstmal ein Fahrzeug. So, wir brauchen es vorher. Hallo? Nein! Dann wollen wir mal! So. Wunderbar, ich geh mal noch mal zu Gagzilla. Mal sehen, wie schwach der jetzt ist. Einziger Schloss wahrscheinlich ist der geburt vom Arsch. So. 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 sein soll aber legt drauf fest dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao